Das ist das Wichtigste gewesen. Innerhalb von zwei Minuten war der Admin, Superta, VIP, EM. Ja, genau. Gott, ich bin mit dem Spohn hatte, ey. Äh, passt mal auf, hier kommt gleich Lava, Jungs. Hier, äh... Ich buddel die mal grad aus, da. Ja, das ist ein Lava-Raum. Ah, ich bin hinter dir. So, warte. Wow, pass auf, Alter. Ja, eben. Lava bedeutet hier das, was es eigentlich echt bedeutet. Was etwa hier ist? Irgendwie ne kleine Höhle. Eisen. Oh, ist aber auch... Du hast ne blöde Sackgasse. Ach, nicht, ja? Da vorne, jetzt geht's noch weiter. Oh, oh, Creeper, pass auf. Pass bloß auf, Scarfo, ey, die machen echt Alarm. Oh, pass auf. Ich sag ja, die machen richtig Alarm. Wie viel Herzen hast du noch? Scarfo? Ach so, ja, ich hab bloß gesagt, ich vergesse, ich hab nur ein Herz verloren. Okay. Und wie viel von der Rüstung? Äh, ein Halb. Okay. Verloren? Oh, da unten sind Dias. Knaller. Geil. Warte mal, erstmal mal Wasser ausmachen hier, oder? Warte mal. Man muss auf jeden Fall voll aufpassen hier mit der scheiß Lava. Sauber, Dias, ey. Ah, zwei. Na ja, besser als nix, ne? Ja, auf jeden Fall. Konsum ist da, wunderbar. Konsum ist da, wunderbar. Konsum ist da, guck zu runter. Oh, prima. Hier ist auf jeden Fall auch gute Höhe, ey. Und vor allem ist hier mordsmäßig viel Lava. Mal ein bisschen was löschen gehen, mal gucken, ob man hier noch irgendwo was... Wir brauchen viel mehr Dias, viel mehr. Zwei ist viel zu wenig. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, die Leute heute bei uns am Spawn, die brauchten ja auch jede Menge Dias, ne? Kamen ja direkt alle angerannt. Oh, Natsch, please give me Diablocks. Oder Goldblocks, oder so. Aber ey, Fritz, unser Traum ist in der Erfüllung geworden. Ja, der ist wirklich in der Erfüllung gegangen. Wir haben heute einen sehr ungeliebten Mitspieler verloren, hervorragenderweise. Oh, Dias? Ja. Beispielsweise, ja. Ich hab wieder zwei Diamanten gefunden. Ja? Fantastisch. Also die, die, die Ohrs. Fantastisch. Ist das echt die richtige Höhe? Also vier Stück hab ich jetzt im Inventar. Super. Dann pass bloß auf, dass du nicht abkratzt. Wenn du abkratzt und in Lava ersäufst, dann kriegst du einen Kannecke Fangschlag hinterher. Ja, ja, ich sterbe nie. Ja, ist klar. Du werdet euch nur wundern. Oh, scheiße, sorry. Skelett-Fritzi, mag ich nicht. Oh, scheiße. Der kann mich jetzt auch noch hier frei abschießen, weil ich nicht zu ihm kann wegen scheiß Wasser. So, ist tot. Wunderbar. Ich bin hier über dir. Oh. Ja? Ja, ja. Also da ist Lava, da war ich auch gerade, wo ganz viel Lava ist. Das ist ja super. Lass uns da mal drüber reden. Also, ja, klar. Warum nicht? Erstmal gucken, wie das Wasser herkommt. Ja, das ist also ein Fail von mir, das Wasser. Da ist ein Berg. Okay. Ich hab mal die Lava weggemacht. Oh, Gold. Ich stehe auf Gold. Aha. Ich stehe mehr so auf Diamanten. Ja, ich auch. Eigentlich. Aber auf Gold stehe ich auch. Ich stehe wieder mal Lava. Lava. So, etwa. Oh, Push-to-Talk ist so nervig. Lava gibt es hier wirklich genug. Warum hast du den Push-to-Talk gemacht? Ja. Weil man sonst immer hört, wenn ich einfach was trinke oder so, das hört man sofort. Ja. Ja, deswegen höre ich das lieber an. Obwohl ich eigentlich nicht die ganze Zeit drücke. Ja, wobei, das kann man ja eigentlich bei Mumble ganz gut einstellen. Mit diesem, ähm, stille bis und Sprache über, kriegt man das eigentlich relativ gut konfiguriert. Man muss sich nur mal ein bisschen eine Zeit lang damit auseinandersetzen. Oh Gott, bin ich weit weg von euch. Oh Gott, ich hab schon wieder Diamanten gefunden. Krass. Grad, wo ich zurücklaufen wollte zu dir, hab ich Diamanten gefunden. Konsuma, bist du noch da? Lebst du noch? Ja, ja. Ich hab acht Diamanten. Krass. Wie gesagt, ne? Wenn du stirbst, stirbst du richtig. Ja, dann kommst du noch mal nach. Ja. Was sieht's aus? Dias sind hier noch wertvoll. Na. Da gibt's nicht mal eben Warpshop und ich kauf mal eben 400 Stück. Alter, ich kauf mir ja keine. Also ich hab Kumpel ja Mobspawner verkauft und der schuldet mir immer noch einen Stack jemanden. Ich hab immer noch zwei, ich benutze die nicht. Hab ich eben manches Gold eingesammelt oder liegt das hier noch irgendwo rum? Ich weiß es nicht. Boah, hier sind aber auch Rohstoffe bis der Arzt kommt, ne? Ja. Hier ist echt richtig viel. Ich hab hier alles. Kohle, Eisen, Redstone, was du haben willst, ey. Und auch noch in rauen Mengen. Hast du Diamanten, mein Schwarz? Ne. Leider nicht. Ich hab Lapis gefunden. Sehr gut. Und Kohle. Wir finden Lapis eigentlich im generellen relativ nutzlos. Ich nimm das entweder um Wolle blau zu färben oder einfach nur zur Deko. Ja, klar. Auf Public gebe ich's ja dir, weil ich das da nicht benutze. Hast du mein Haus gesehen, ist ja richtig gut. Das hab ich wohl. Ich bin echt auf Public wie so ein Penner. Ich geh dahin, schlaf da, wo ich grad bin. Ah, hier ist der Konsuma. Wunderbar. Wisst ihr noch, wo ich bin? Oh mein Gott, ich hab euch verloren. Ne, ich glaub, ich seh dich nicht mehr gerade. Echt, ich auch nicht. Shit. Ach was, ich hab doch die Diamanten, also ich hab sie nicht. Ja, ah doch, ich seh dich. Ich mein, ich hab dich grad gesehen. Dann renne ich mal lieber weg. Warte. Da hinten, ja. Wie hob die Xen. Dann renne ich kurz weg, Moment. Na, wir müssen aber noch herausfinden, ey. Sonst werden wir nicht mehr herausfinden. Ja, ja. Wir sind ja nicht weit gelaufen. Ne, eigentlich nicht. Ne, eigentlich nur tief. Das ist hier echt übel. Also man muss sich echt immer wieder sofort umgewöhnen. Weil man denkt dann, naja gut, wenn was ist halt Slash Home, aber... Das ist echt, das ist natürlich auch echt angenehm. Aber es ist echt ne Umgewöhnung, das, wenn man das dann einfach nicht mehr machen kann. Pfff. Wobei mein Home ja da gesittet ist, wo es nicht gesittet sein darf. Also gesetzt, ne? Also nix sagen. Ja. Ja, hast du das schon am Anfang gesagt. Ja. Alles klar. Merke ich mir alles. Man verreckt dir von so ziemlich allem. Boah, wir sind schon so viel gestorben, das ist Wahnsinn. Gab Folgen, da sind wir echt innerhalb von einer Folge von einer halben Stunde, keine Ahnung, zehnmal gestorben oder so. Hab ich gesehen, im Nether da. Ja. Ihr rennt da so immer rein. Ja, das war aber auch übel. Ey, die hatten ja, die hatten ja dann auf einmal Ranz auf uns. Stimmt das eigentlich, dass im Nether die Zeit stillsteht? Ey, ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall kann man da nicht schlafen. Basti, weißt du das, ob man, äh, im Nether, äh, ob die Items da liegen? Weil ich hab mal gehört, die bleiben liegen, weil die Zeit da irgendwie nicht weiterläuft. Äh, das weiß ich nicht. Weißt du? Willst du mal mal ausprobieren. Ja. Ja, das war voll übel. Wir, wir konnten ja auch nix machen. Die waren übelst angefressen auf uns, die blöden scheiß Viecher. Und wir brauchten aber ja unsere Items. Und wir wollten natürlich logischerweise da direkt wieder rein. Ja, ja, ihr seid immer einer, dann war Garf tot, dann warst du tot, dann war Luke tot. Ja. So sieht's aus. Boah, ist hier Kohle. Alter, ist hier Kohle. Ich geh mal eben nach oben absichern. Weil das beschissenste ist hier echt immer, wenn dir auf einmal von oben ein Creeper auf den Kopf fällt. Das ist, ja, da brauchst du beim Publicer keine Angst haben. Da rennt's hier einfach rein und... Ja, eben. Aber das ist hier echt so. Das ist echt hier die allergrößte Gefahr. Die Creeper sind am allerschlimmsten. Die hörst du ja vorher auch nicht, ne? So ein Zombie, der macht mal irgendein blödes Geräusch. Und der Skelettfritz hier, der klimpert mal ein bisschen durch die Gegend. Aber die geben ja echt keinen Ton ab, die Idioten, ey. Ja, weil da hinter dich hins... Die sind direkt... Ja, genau. Der kommt einfach runter und, äh... Ja. Geht mal kurz... Kurzzeitlich stark in die Luft. Oh, jetzt höre ich auch schon wieder Zombie oder Enderman oder sowas. Ich mach mal gerade Licht, damit man auch was sehen kann. Wie sie sehen, sehen sie nix. Aber ich glaub da oben ist was gebacken. Oh, das klingt stark nach Dungeon. Das klingt sehr stark nach Dungeon. Hab dich verloren. Ach ne, es sind doch Endermen. Aber da die uns ja nichts tun... Ach, das sind Endermen. Die klauen immer meine ganzen... Die klauen immer mein Haus auseinander. Ja. Aber ansonsten können die ja nix. Ich mach hier mal Wasser hin. Ne, erst in 1.9, glaub ich. Das läden die mal alle mit Wasser hier, die Jungs. Gucken, was sie sagen. Boah, 4 Stück. Alter, jetzt bin ich schon bei der dritten Spitzhacke, ey. Echt? Ja. Alter, wie ist das Ende so... Ja, wir müssen noch ein bisschen Dias finden. Ich hab acht Stück bisher. Ja, das würde ja schon mal für euch beide für jeweils ne Diaspitzhacke reichen. Das ist ja schon mal super. Ich brauch keinen Diamanten. Doch, klar. Nein, für was? Das fackt voll ab mit, äh... Ja. Mit Eisen. Dann machen wir gleich mal was. Ich hab ja Holz nicht mitgenommen, ein Glück. Also... Shit, ich wollt's eigentlich noch mitgenommen haben. Ich bin doch mal so doof. Ja, ich sag mal nix. Nein, Spaß. Jaja, wir kennen dich ja. Woher? 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 Scarfo und so vorlaute Cousine, ey. Echt. Du, äh, was haben die Endermen hier für Riesenschädel, Alter? Bei den Tech-Depäck... Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Voll den Riesenschädel. Shit, das muss ich mir gleich nochmal angucken. Bei mir ist grad ein Einnahme, den... Lass sich grad in Wasser tot ist er. Ja, im riesengroßen Kopf und so ganz reinen Körper. Konsumer, wo bist denn rum eigentlich? Äh, hier hinten irgendwo. Okay. Ey, das will ich jetzt nicht abbauen, du sollst mal kurz kommen, ich will dir mal was geiles zeigen. Ja, warte, ich komm sofort. Ich hab hier noch eben Kohle abgebaut. Ich wollte jetzt hier nochmal grad, weil hier ein Lavasee ist. Oh, da sind Dias-Top, ein Glück bin ich hier noch hingegangen. Ich hab Kohle und Gold gefunden, ne? Ich hab Dias gefunden. Wunderbar. Schenkst du mir bestimmt. Sehr schön. Ja, erstmal ja. Ja, erstmal. Fünf Stück, geil. Oha, ich hab acht und... nach zwei oder dreimal gefunden, du hast gleich fünf oder einmal. Ja, Granate, ey. Ich hab neu gefunden, aber dafür Eisen und Gold. Sehr schön, Eisen sauer, Eisen ist echt das wichtigste. Ja, wegen der Rüstung. Find ich. Ja, klar. Du kannst ja auch das Eisen... Also wenn du genug Eisen hast, dann hast du eigentlich alles genug. Eimer, Scheren, was weiß ich. Kannst ja... Du brauchst ja für alles eigentlich fast. Dein Gold ist irgendwie voll unnützig, geht alles voll schnell kaputt. Ja, klar. Ich mein, wenn du so... So Server wie den hier spielst, dann machst du halt auch ab und zu mal echt viel mit... mit Rails, ne? Du... Weiß ich nicht, man baut sich irgendwo Ferienhäuser, wo... Nein, Zombie! Ja. Du kannst du auch... Simon melegt, fuck. Alter. Ähm... Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, dich wiederzufinden. Ähm... Wo ich eben war, da... Wo du fragt hast, wenn ich doch da bin. Ja. Da war ich. Warte mal, ich seh da hinten Scafo. Scafo, lauf mal, äh... Lauf mal so weit zurück, dass du... Wo du noch weißt, dass da in die Richtung irgendwo Konsuma war. Ja, mach ich. Warte mal, ich seh dich nämlich noch. Konsuma, bist du wieder gejoint? Moment. Ja, ja, ich bin wieder am Haus. Moment. Ich hoffe, ich find' ihr nicht. Hi. Das machen wir dann ausnahmsweise mal, weil bevor du jetzt hier wieder runterlaufen musst... Und uns nicht wiederfindest. Also das war kein Cheat, das war ein taktischer Befehl. Ja. Genau. Aber ich weiß nicht, wo Konsuma genau war. Ich glaub, entweder hier runter oder woanders lang. Ähm, da wo du bist auf, ähm, da wo der, wo das Oxidam war. Wo du unten in so ne Ecke was, wo du die zwei Diamanten gefunden hast. Wo auch Gravel war... Ja, da war der Zombie. Da war der Zombie jetzt. Aber deine Items... Da sind sie. Ich hab sie. Ja, super. Top. Also... Cool. Mein Inventar ist voll. Das ist Fade. Also... Konsuma, du siehst uns, ne? String weg. Ja, Slimeballs behalte ich mal lieber. Ja, auf jeden Fall. Slimeballs voll behalten auf jeden Fall. Siehst du? Siehst du uns, Konsuma? Ja. Ähm, ja, jetzt kann ich leider nichts von Konsuma weiter aufgeben, weil mein Inventar voll ist. Okay, ja. Ich bin unterwegs. Ja. Ich versuch mal alles so auf einen Flex zu schmeißen von dir. Die sind übel, die Zombies, ne? Ja, ja. Was ist echt? Da waren, äh, wieder eins oder zwei. Ich war grad so geholter am Abbau auf einmal. Ja, die sind hier echt... Vor allem sehen die ja mit dem Text-Shop-Exel geil aus. Die, die tun so, als wären sie zu dämlich, um irgendwie mal auf die Fresse zu hauen. Aber leider sind sie es nicht. Da sind noch die Schackeln von Konsuma... Der Noob könnte die vielleicht noch so blöd gestalten, die Zombies, dass die echt zu blöd sind, einen zu verkloppen. Ich weiß nicht... Ah, dann weiß ich nicht mehr. Das wäre nicht schlecht. So, ein bisschen Eisen geholt. Erstmal wieder eine Runde essen. Okay, also bei mir liegen gerne Sachen, ne, Konsuma? Findest du zu ihm, Konsuma? Ja, ich bin jetzt da. Ah, okay. Wunderbar. So, jetzt gucke ich mal, ob dahinter noch vielleicht irgendwas zu holen ist. Da ist Redstone. Redstone lasse ich jetzt erstmal mal stehen. Wir brauchen wesentlich dringender Dias. Was? Ja, 8 Stück hast du, 5 Stück hab ich. Ne, ich hab 5, du hast 8. Ja, 8 Stück hab ich, 5 Stück hast du. Ja. Hä? Hab ich das verwechselt? Ja. Schaut mir die an. Du sollst mir nicht anliegen. Oh, wie ist noch der? Konsuma? Langer Gang. Lapis Lazuli und Eisen und Gold. Hat Konsuma die Sachen schon? Da liegen die, ne? Ja, er hat sie. Wunderbar. Ja klar, kein Ding. Schon wieder Tötungs-Action gehabt hier, ey. Ich bleib lieber mal bei der Konsuma. Ja, mit Leggen ist natürlich dann echt scheiße, ne? Dann hast du ja sowieso keine Schnitte eigentlich. Das ist echt ätzend. Ich nehm jetzt auch mal ein bisschen Lapis. Ja, also ich weiß nicht, wenn das an dem, wie heißt das Speak Ding hier nochmal? Mumble. Ja, also ich probier das vielleicht mal mit Team Speak. Und wenn das dann nicht schlägt, dann liegt das an dem Maul. Ja, da liegt's ja echt dran, ja. Ich such mal grad eben da, wo ich war. Das ist ja strange. Ja, das ist richtig müß. Aber wir hätten auch einfach in TS mal fragen können, ob die, also ob Jork oder so einen Channel dort bei uns erstellt. Stimmt. Das wär eigentlich auch fürs nächste Mal auf jeden Fall eine Idee. Wo wir nur das passwort wissen. Ja, genau. Ich kann auch einen erstellen. Ach so. Cool. Ja, das wär auf jeden Fall fürs nächste Mal ganz geil. Wenn das dann wirklich... Oh, hier ist wieder irgendwas in der Nähe gebacken. Wenn das wirklich flüssiger läuft, wär das echt sehr cool, wenn das gehen würde. Ja, aber bei Power-Minecraft und wenn ich schon auf TS bin, hab ich immer so 43 bis 50. Ja, das ist ja auch super top. Ja, ich hab jetzt grad nur 30, weil ich halt aufnehme und das ist bei Fraps dann irgendwie voreingestellt, wieviel Fraps der dann erreichen soll und soviel erreicht hat und meistens auch. Ah, jetzt ist der einlüftiger. Ach, aber er hat Eisen weggesprengt. Also, für mich freigesprengt. Spare ich mir. Und? Kabel ist da. Ja, nee, leck mich. Zwei Creeper und ein Zombie. Ich geh weg. Oh, Spinne. Ey, ich wär von zwei Creepern und ein Zombie verfolgt. Wisst ihr, wie doof das ist? Dann bau dich irgendwo zu. Ich, ich renne einfach grad irgendwo hoch. Ja. Ich weiß selber nicht, wo ich bin, also... Das ist noch besser. Sucht mich lieber nicht. Ja, ich versuch dich gleich mal zu finden. Ich spül jetzt weg, wenn die mit waren. Ach ja, wo ich die Creeper auch zu meinem Vorteil nutzen kann, dass sie mir was mitmachen. Da war ein Skelett-Fritzi. Ich hab grad irgendwen gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, wo und wer es war. Ich lauf mal hier so längs. Nur, ich glaub bei so Multiplayer-Servern-Explosieren Creeper schneller irgendwie nicht als bei Singapair. Ich weiß es nicht. Da ist Konsuma. Boah, ich hör hier überall Zombies. Oh, ich hab einen Creeper jetzt explodiert, hab mir ein bisschen Sachen verschafft und einen hab ich gedötet. Da ist kein Problem. Alter, da sind die Creeper. Oh, ey. Ich bin gar nicht dran. Ich muss mal mehr Singleplayer spielen. Jetzt bin ich bei Konsum, aber wo ist denn der Scarfo? Der Scarfo rennt hier irgendwo rum und fährt Gold und alles. Boah, ich hör so nah hier die Zombies. Wo zur Hölle sind die denn? Die Pessflätschen. 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 Der Scarf holt die Rohstoffe und stirbt. Oh, 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 oh. Ja, jetzt werd ich verhauen. So, den haben wir tot. Die kommen von da oben irgendwo. Ja, bei mir auch auf einmal. Ich geh so in ein Eck auf einmal kommen da zwei Creeper und ein Zombie angerannt. Ja, hier kommt er. Machen wir was essen? Oh, hier ist noch ein neuer Lava-Raum. Dia ist gefunden. Fantastisch. Der läuft ja wie am Schnürchen hier, ey. Oh, ich weiß gar nicht auf welcher Höhe ich grad bin. Ja, ich hab F3 aus. Ich will keinen Stress mit dieser Community kriegen. Ja. Hättest du mir aber auch sagen können. Man hat auch irgendwie finde ich mit dieser Abbau-Animation das Gefühl, dass die Sachen schneller irgendwie abgebaut sind. Finde ich. Ich hab irgendwie das Gefühl, das geht schneller. Ist natürlich Quatsch, aber irgendwie kommt es einem so vor. Oh, oh, bei mir ist ein Zombie. Warte ich komm. Renn bloß weg. Ja. Nein, der hat mich schon, der hat mich schon nicht gesehen. Der guckt wie so doof ging. Boah, hier sind zwei. Nein, jetzt hat er mich gesehen. Fuck, fuck, fuck. Oh fuck, ich bin fast tot. Wenn die Bar die jetzt sterbt, wenn ich alleine in der Höhle bin, dann fühl ich mich voll allein. Ja, mir geht's grad echt bescheiden, muss ich sagen. Man heißt es der Scarfo in der Mine, ja. Ja, der Scarfo in der Mine. Warte, ich mach den mal hier platt. So. Irgendwo von da oben fallen massig, massig Zombies irgendwie runter. Schlimm ist, ich hör schon wieder ein. Wie hab ich ihn auch nicht. Ich seh dich aber auch nirgends ganz oben. Ich bleib mal da stehen, wo ihr grad steht, bitte nicht bewegen, ich hab sie eure Schrift ganz dünn. Ja, okay. Da ist ein Skelett, verpiss dich bloß. Dich mag eh keiner. Tod, okay. Aber ich nehm aber auf dem Weg noch Lapis oder Iron so mit, ne? Mach das. Ne, ich hab euch grad ganz dünn, aber wirklich dünn durch die Wand gesehen. Du musst dich zbuddeln, dass du im Dunkeln bist, dann kannst du uns erkennen. Ja, deswegen, ich find da war ja grad dunkel. Ja, hier ist auch immer dunkel, ich hab jetzt extra keine Fackeln dafür. Ach, da bist du. Ich hab dich gesehen. Ich komm mal, ich komm dir mal ein bisschen entgegen. Da hinten. Boah, du bist aber echt weit weg, Junge. Krass. Ich bin einfach rumgelaufen, hab ganz viel Iron und so mitgenommen. Ich buddel mich mal ein bisschen in deine Richtung. Ja, Moment, ich seh dich auch. Warte. Ich buddel mich kurz runter und dann so schräg. Ja. Gleich treff. Treffen wir beide aufeinander. Na? Guck mal, wie ich gebrot hab. Okay, jetzt noch den Konsumer mitnimmt. Genau, stimmt, hol den mal ab, grad. Dich, 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 dich. Ja, also mit Höhlen haben wir hier noch genug zu tun, ey. Konsumer. Da ist er. Konsumer. Ja. Oben ist Gold, Oben ist noch Gold, ne? Wow, oh, ey. Dafür, dass du leckst, findet er Gold. Von da hat er wieder runtergefallen. Ein FPS. Schade, ey. Zombie-Creeper. Das ist aber echt heftig. Oh, puh. Ich hab Konsumer gerettet, also kein Gehör. Okay. Niemand hat Leben verloren. Ich hab ein Zombie gedürtet. Das ist nebenbei. Und jetzt kommt noch ein Skelett. Wo ist das Scheiß-Skelett, ey? Waller irgendwo aus dem Hinterhalt, ohne Witz. Die sind mir ernst, wo ist das? Ach, da hinten. Und ein Zombie. Ey, auf jeden Fall. Alter, sind die Creeper hier nervig. Wow. Boah, hier ist Creeper. Zwei Zombies, zwei Skelette. Ey, das war ihm richtig mies. Neh mir, ich bin so aufs Zombie fixiert. Neh mir so ein Creeper, er geht in die Luft. Alles geslaynt. Boah, hier ist grad Zeug gespawnt. Gejoint, ja. Zombie joint the game. Ich kenn ihn dazu so genannt, ne? Creeper hat den Server verlassen. Ey, das wär geil, wenn das gehen würde. Wow, Zombie und äh, Skelett. Haut los. Ach, die ist aufgefahren, ich hab grad kein Schwert, ey. Okay. Das ist natürlich echt übel. Hast du noch so ein Schwert-Skafer? Ne, ich hab eins gecraftet. Ne, ja. Ach so, ach du Scheiße. Ach, wenn mein Bodyguards jetzt kommen. Oh, super. Creeper, Zombie und Skelett. Na ja. Passt schon. So, da waren wir schon mal. Wo ist Zombie und Skelett? Hier oben. Hier ist noch Lava. Oh, ich werd schon abgeschossen. Ja, Bodyguard kommt schon. Kleine Dias zu sehen. Mach mal alles löschen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder so? Warte kurz, erst kurz was. Ich wollte diesen unten jetzt. Jaja, Moment, ich kreise ihn mir gleich. Hab sie. Und schon, Alter, wieso spawnen hier so viele Creeper jetzt mal ohne Weg? Ja, das ist normal. Das ist echt krass. Das ist leider brutale Realität. Ich komm jetzt erstmal wieder ein bisschen Richtung zu euch. Ja, ich hab grad hier ein bisschen um den Konsum herum die ganzen Skelette und so getötet. Oh, hier ist noch Lapis. Boah, ich hör ne Spinne, aber ich weiß nicht wo die ist. Das macht mir voll Angst, ey. Das kann ich dir auch nicht sagen. Dit macht mich aber traurig. Aber ich hab Kohlen gefunden. Und nen Zombie. Oh, ne Spinne. Hab die Spinne, hab die Spinne. Oh, ist aber weit weg. Jetzt wollen wir grad mal wieder was essen. Was ich schlimm finde, ey, das hier einfach... eben... Ich hab heute Zombie-Kill, kommt die Spinne von hinten. Tja, das nutzen die gerne aus. Ich glaub's auch, ey. Oh, da hinten ist ein Creeper. Dann werd ich mal rein. Wow. Den werd ich mal rein. Das ist grad noch gut gegangen. Oh, bei mir ist grad ein Creeper explodiert. Jaja, bei mir auch. Das ist gerade noch mal gut gegangen alles hier, ey. Gott, ich hab eben nen Creeper gehört. Ich hab Angst. Ah, da ist ein Skelett. Das sind echt die übelsten von allen, die Creeper. Da kannst du mir sagen, was, da willst du sowas von... So hinterfotzig. Du hast das böse Wort mit H gesagt. Hinter. Das andere ist ja ein ganz normales Wort. Ey, ich hab jetzt keine Spitzacke mehr, ne? Ich hab noch zwei, kannst du noch einen haben. Oder zwei. Schon wieder Zombie. Irgendwie verlier ich Leben. Wir sehen nix. Hast du Hunger? Nein, ich werd abgeschossen. Okay. Okay, warte, ich komm sofort. Ich spring grad hier irgendwie los. Okay, der Pist hat's auf mich abgesehen. Ich weiß auch gar nicht, wo ihr seid. Äh, du läufst die ganze unter uns lang. Echt? Wir hören ihn, ja. Also eben jedenfalls. Warte, ich geh kurz in den Raum und gucke. Ah, da, ja. Jaja, ich hab's gesehen. Genau unter mir langgelaufen. Ja, da, unten. Hat man ein Skelett kaputt gemacht? So, jetzt geh ich mal auf Erkundungs-Zu und du kannst den Konsumer angucken. Alles klar. Aber ich geh mal höher, das ist Fail. Wir wollen eigentlich tiefer, oder nicht? Ja, normalerweise ja schon. Oh Mann ey, das geht hier aber so weit. Man hat die ganze Zeit Bock immer in die ganzen Hüllen-Systeme noch weiter rein zu laufen. Aha. Das ist total übel. Aber das ist, das ist, das ist, oh. Wer war das? Ich bei mir. Konsumer? Ja. Alles gut? Ja. Super. Soll ich rote Pilze mitnehmen? Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, ich bin drei Stück. Ich bin besser, ich hab fünf. Nein, Skelett. Ich komm da. Warte, ich komm. Nee, ich brauch jetzt nicht. Ey, der schaut mich eh nur doof an und schießt nicht. Weil der hat's auch auf Nostril gab, den Weg. Ja. Was? Da kam ich und hab den umgebrochen. Was ein Idiot, ey. Wir finden jetzt natürlich auch nicht mehr zu dem Minengang, ne? Da hätten wir ja wenigstens Holz. Ja. Tja, dann hätten wir dem Konsumer mal ein Schwert basteln können. Das ist ja echt scheiße, dass der kein Schwert hat, ist echt für den Arsch. Ich krieg ja eh nix in den Backen hier. Ja, das ist blöd, ne? Mit deinen, äh, mit den Frames. Ich hab nur einen Frames. Das ist echt, das ist verdammt wenig. Sonst weiß ich gar nichts eigentlich. Ja. Alle drei Sekunden kommt ein neues Bild. Unfassbar. Probier's gleich aus mit TSL. Auf jeden Fall. Ja, zur Not drehen wir dann noch Mumble. Hattest du noch, hattest du noch diesen, ähm, dieses Einstellungsding geöffnet von, äh, Mumble? Oder war das aus? Äh, das hab ich angehabt. Also das hab ich so Einstellungen gemacht. Und dann hast du's aber ausgemacht, oder, äh, zugemacht oder aufgelassen. Sonst mach das mal zu. Zugemacht. Okay. Aber zur Not... Also ich hab das hier sonst nur meine... Zur Not geht Konsuma TS, erstellt ein Channel, macht Passwort rein. Äh, sagt uns das Passwort und dann gehen wir... Also joinen wir so nach, aber bleiben so lange noch, bis wir im TS sind hier noch in... Ich hab den Namen vergessen drinnen. Ähm, müsste rein theoretisch funktionieren, ja. Willst du das sonst eben machen, Konsuma? Ja, oder wir machen jetzt hier irgendwie mal so einen Schnitt und dann machen wir Pause und dann machen wir gleich weiter. Äh, warte mal, warte... Ja. Ich hab Minchach gefunden. Oh. Ja, super, dann haben wir ja dann wenigstens später schon mal Holz. Ja, dann, äh, tanken wir gleich einfach weiter und, ähm, ja. Bis gleich. Bis gleich. EINDICE